Und da sind wir auch schon wieder Ja, immer noch nach unserer großen Loot-Runde Wir sind immer noch am Aussortieren Also Verstauen besser gesagt Ah, Hunni Ah Gerno weiterbauen Jagen, so viel zu tun Von der Hälfte der Sachen, die ich habe, weiß ich noch nicht mal, wofür die gut sind Jagen, so viel zu tun Ach! So viel Munition! Ja, laufen ist nicht. Zu schwer. Das Mapende ist bestimmt. Wieso geht Gesundheit runter? Ha! Anzeige Back! Mach! Erstmal hier rein. Da lohnt sich ja schon wieder fast der Lauf zum Trader. Ja! Ah, so wenig Stauraum! Schon wieder! Kommt hier erstmal rin. Ich hab da nen Hammer! Jetzt! Geil! Geil! Und jetzt? Boah! 15! Und dafür nur 12 Steine! 15 Komponenten! Ja komm! 0 12 12 15 15 zack und schlechtet weder übersprungen stark aha Zwei können wir machen. Vier Komponenten. Vier Komponenten. Ich schau. noch mal einig hier oben deswegen habe ich denn gegessen ok self-healing kriegst du gleich obwohl jetzt ja Das reicht. Na, wir gucken. Ja, wir gucken. Jetzt wohnen wir noch ein bisschen Rinde, machen wir mal das Messer kaputt. Anni knabbert. Anni knabbert. Wow, das ist so weit runter gefallen. Okay, das war's, oder? Wir haben so viel Zeug, wir sollten jetzt noch einmal alles verkaufen gehen. Das wäre auch mal eine Maßnahme, schnell. 16 Uhr, zwei Stunden noch bis es dunkel wird. Doch, war ich dich. Das war's, oder? 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Junge, das putzelt ja immer noch. Nee, mehr verkaufen wollen wir nicht. Eher mehr einkaufen. Wir flitzen los. Ja, aber alles fertig. Geil. 32 Schuss für die Schrot? Das ist ein bisschen viel. Also, sprich, falls wir sterben. Wir werden uns mal demnächst auch ein bisschen auf die Suche machen nach der Mine, damit wir auch ein bisschen, ähm, Erze abbauen können. Und die dann endlich mal ein bisschen schmelzen können. Brauchte man auch für irgendwas. Einerseits für die beiden Dinger da, die wir da noch stehen haben und bauen müssen. Reparaturbank und Munitionsbank. Und bevor die Map verändert wurde, war damals immer noch in der Mine ein fetter Endboss. Da bin ich auch mal gespannt, ob der noch da ist. Geht jetzt nicht mehr aufstehen? Ach, doch. Wir gucken mal, was da Spannet hat. Tach. Aha. Schrottflinte. Das ist ein Laser. Brauch ich nicht. Das und das aber. Hier, nimm. 1. Halt die nicht. 1. 1. 2. Ach, das ist gut. 4. 5. 3. Schuhe verkaufen war nicht. Messer ging nicht zu verkaufen, ne? Doch Bin ich spannend Schuhe Schuhe Ja, Komponenten, ne? Schuhe Okay Mann Ah, das Messer Habe ich dir das Messer nicht gerade gegeben? Egal Wir haben wieder 2 Armbauteile und ein paar Komponenten Das hat sich gelohnt Ciao Ciao Da haben wir die Komponenten quasi gleich wieder drin, die wir für das Tünerhäuschen verbraten haben Jetzt müssen wir uns nur noch erinnern Wo wir einen Huhn gesehen haben Ich glaube, das war bei der einen Farm da hinten bei der Stadt Das dann noch fangen Und dann haben wir auch schon Hühnchen Vorher müssen wir aber, glaube ich, noch ein Gehege rumrumbauen Oh Das wäre fast schief gegangen Das wäre fast schief gegangen Oh Ich glaube, das war so Moment. Okay. mit schally tactical grip aber für welche waffe so machen wir erst mal wieder unsere kleine pause für heute vielen dank für das einschalten und bis zur nächsten folge